Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Heute sprechen wir über die Gründe für mehrfach auftretende Fehlgeburten. Etwa 70 Prozent aller Befruchtungen enden ja bekanntlich in einer Fehlgeburt, also in einem sogenannten Abort. Wenn dieses Ereignis aber mehr als dreimal oder in Amerika mehr als zweimal auftritt, dann nennt man das Ganze habituelle Fehlgeburte, also mehrfach auftretende Fehlgeburten. Und jetzt ist es wirklich wichtig, eine Ursachenforschung zu machen. Wenn man nach dem ersten Mal sagt, okay, es ist leider ein häufiges Ereignis, wir machen erstmal keine Diagnostik, müsste man spätestens nach dem zweiten und allerspätestens in Deutschland nach dem dritten Mal eine Diagnostik ankurbeln, um eben auf Ursachenforschung zu gehen und diese Ursachen, die besprechen wir heute. Habitueller Abort oder wiederholender Spontanabort, WSA abgekürzt, ist ein Ereignis, was natürlich furchtbar ist. Und jetzt habt ihr schon rausgehört, was ist denn jetzt? Nach zweimal muss man gucken, woran es liegt oder nach dreimal? Laut WHO und auch hier in Europa so praktiziert, ist es tatsächlich nach der dritten Fehlgeburt ursachenforschungsbedürftig. Also hier muss geschaut werden, woran liegt es. In Amerika passiert das Ganze nach zwei Fehlgeburten. Und wenn ich meine persönliche Meinung mal, die selten genug vorkommt in so einem Video, schildern darf, werde ich, wenn es begründet ist, auch nach der zweiten Fehlgeburt schon Ursachenforschung betreiben. Gerade wenn auch das Schicksal etwas ähnlich verläuft, sagen wir mal, sechste, siebte Schwangerschaftswoche und auf einmal kommt es zur Fehlgeburt. Also wenn das sich nach einem halben Jahr wiederholt, dann stimmt für mich irgendwas bei einem ansonsten gesunden jungen Paar nicht. Und deswegen gibt es auch die Möglichkeit, in Ausnahmefällen mit entsprechender Begründung für die Krankenkassen auch schon früher auf Ursachenforschung zu gehen. Denn es gibt Gründe für solche Ereignisse und die wollen wir jetzt mal in Ruhe besprechen. In ein bis drei Prozent aller Paare kommt das vor und wenn ihr schon zwei oder mehr Fehlgeburten habt, erhöht sich diese Zahl sogar auf fünf Prozent. Also es ist ein gar nicht so seltenes Ereignis. Und die Ursachen dafür sind sehr komplex teilweise, sehr mannigfaltig. Aber die häufigsten kennen wir und die lassen sich auch in der Regel recht gut therapieren im besten Falle. Wir fangen das Ganze mal chronologisch an mit dem häufigsten Grund und das ist sicherlich etwas, was viele so gar nicht auf dem Schirm gehabt hätten. Grund Nummer eins sind nämlich die angeborenen oder erworbenen Fehlbildungen, also anatomische Gegebenheiten. Das können Fehlbildungen sein der Gebärmutter zum Beispiel. Es gibt einen sogenannten Uterus Bicornis. Sieht aus wie so ein kleines Herz. Eigentlich ist der Uterus ja oben, also die Gebärmutter wie eine Birne, rund abgegrenzt. Es gibt aber tatsächlich auch Formen einer Gebärmutter, die ihr hier eingeblendet seht, die auch mal ganz anders aussehen können. Nicht nur der herzförmige Uterus, sondern wirklich auch ein Septum, also eine Scheidewand, die sich in der Mitte runterzieht, sind ein Grund dafür, dass eine Schwangerschaft sich nicht gut einnisten kann und entsprechend in einem Abort enden kann. Darüber hinaus müssen wir auch noch über Myome sprechen. Habe ich ja hier auf diesem Kanal auch schon diverse Videos zugemacht. Also gutartige Muskelgeschwulste, wenn die in der Gebärmutterwand oder an der Gebärmutterwand sitzen, kann man sich vorstellen, kann sich hier eine Schwangerschaft auch schlechter einnisten. Dann gibt es sogenannte Synechien, also Verwachsungen in der Gebärmutter, auch infektionsbedingt zum Beispiel aus der Vergangenheit. All das muss abgeklärt werden. Wie macht man das? Am besten macht man das entweder mit einer 3D-Sonografie, also einem 3D-Ultraschall, wo man sich ein dreidimensionales Bild erschaffen kann von der Gebärmutterhöhle. Oder, was oft sinnvoller ist, man schaut mit einer kleinen Kamera direkt in die Gebärmutterhöhle rein. Hat den Vorteil, dass wenn ich etwas sehe, kann ich es natürlich im selben Prozess, also in der OP, auch schon entfernen. Außerdem könnte man von der Gebärmutterschleimhaut Proben nehmen, um zu einem weiteren Grund zu kommen, den wir noch ein bisschen später beschreiben. Also 3D-Ultraschall sicherlich eine Möglichkeit. Oft ist die Hysteroskopie, die Gebärmutterspiegelung mit eventueller operativer Hysteroskopie eine sinnvolle Möglichkeit. Auch eine Laparoskopie, also eine Bauchspiegelung oder sogar das MRT im Vorfeld, können manchmal eine Möglichkeit sein, um auch versteckte Myome zu entdecken und diese entsprechend in der Bauchspiegelung auch operieren zu können. Mit 10 bis 25 Prozent sind diese angeborenen oder erworbenen Fehlbildungen an der Gebärmutter ein häufiger Grund für habituelle Aborte und damit auch auf Platz Nummer 1. Als zweithäufigste Ursache mit 2 bis 15 Prozent ist eine Autoimmunerkrankung schuld, das sogenannte Antiphospholipid-Syndrom. Hier kann man sich vorstellen, dass Antikörper gegen die eigenen Blutgefäße gerichtet sind, was natürlich vom Körper falsch ist und das ist ja die Krux bei Autoimmunerkrankungen, die gegen den eigenen Körper gerichtet sind. Hier kann man sich natürlich vorstellen, wenn dort Antikörper andocken an das eigene Blutendothel, also die Bekleidung der Gefäße von innen, kann es vermehrt zu Thrombosen, kleinsten Gerinnseln kommen. Und die feinsten Gefäße zu thrombosieren, funktioniert natürlich die Schwangerschaft nicht. Diagnostisch kann man das Ganze per Bluttest testen. Man schaut also, ob man diese Antikörper im Blut hat, aber auch die Vorgeschichte verrät schon einiges. Wenn du zum Beispiel mehr als diese drei Fehlgeburten hattest oder bis zu zwei ungeklärte Fehlgeburten über der zehnten Schwangerschaftswoche oder sogar Spätaborte hattest, dann kann es darauf hinweisen, dass du diese Autoimmunerkrankung hast. Sollte sie festgestellt worden sein in einem Bluttest, dann kann man sie relativ easy therapieren, denn man muss das Blut einfach dünn halten. Hier eignet sich niedrig dosiertes Aspirin, also ASS, 100 bis 150 Milligramm und die Gabe von niedermoleklaren Heparin. Die dritthäufigste Ursache für die habituellen Aborte sind genetische Anomalien bei den Eltern. Mit vier bis fünf Prozent Ursache für habituelle Aborte. Es können also genetische Auffälligkeiten auf dem Chromosomensatz von Frau oder Mann vorliegen, ohne dass diese es bis jetzt bemerkt hätten. Werden diese Auffälligkeiten aber quasi bei der Befruchtung übertragen, kann es eben auch zu wiederholenden Fehlgeburten kommen. Hier ist es also sehr hilfreich, eine humangenetische Beratung wahrzunehmen, wo nicht nur der Stammbaum der Paare auseinanderdividiert wird, sondern auch per Blutentnahme eine Chromosomenanalyse erfolgt. Sollten hier Auffälligkeiten sein, müssen natürlich die weiteren Schritte in dieser humangenetischen Beratung beschlossen werden. Das waren definitiv die drei häufigsten Gründe. Jetzt kommen noch andere Ursachen, die ihr sicherlich so auch schon mal gehört habt. Und vielleicht dachtet ihr ja auch, das sind doch bestimmt die häufigsten Gründe, allen voran die Lutealinsuffizienz, also der Gelbkörperhormonmangel, kann ein Grund sein, ist aber gar nicht mal so häufig, wie man denkt. Und deswegen ist das Progesteron außerhalb der Kinderwunschbehandlung zu geben, auch kein Allheilmittel, um eine Fehlgeburt zu verhindern. Auch Schilddrüsenfunktionsstörungen, sei es die Hypothyreose oder die Hyperthyreose, also eine Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse, kann Ursache sein für habituelle Aborte. Genauso wie das bekannte PCOS, das polycystische Ovar-Syndrom, weil man auch weiß, dass eine Insulinresistenz, also eine Störung im Zuckerstoffwechsel, auch assoziiert ist mit erhöhten Fehlgeburtenraten. Dann kommen wir noch zu den infektiologischen Ursachen, was wir vorhin auch schon mal so ein bisschen angerissen hatten, dass eine Infektion oder eine chronische Infektion in der Gebärmutterhöhle vonstatten geht. Hier ist der Zusammenhang zu den habituellen Aborten noch nicht gänzlich klar und auch ein Vaginalabstrich zum Beispiel zur Vorbeugung einer Fehlgeburt macht laut Leitlinie auch gar keinen Sinn, hier zu schauen, ob es da Infektionserreger gibt. Darüber hinaus haben wir vorhin schon geklärt. Wenn es aber jetzt zu habituellen Aborten kommt, gehört sicherlich eine sogenannte Endometrium-Biopsie, eine Probenentnahme an der Gebärmutterschleimhaut, auch zur Diagnostik dazu, um zu schauen, ob es hier natürliche Killerzellen, also Immunzellen gibt, die sich eventuell gegen den zu 50% körperfremden Embryo richten können. Sollte so eine chronische Endometritis, so heißt das auf schlauene Gebärmutter, Schleimhautentzündung zum Beispiel, diagnostiziert worden sein, kann man diese auch antibiotisch behandeln, über 14 Tage zum Beispiel mit Doxyzyklin. Damit kommen wir zu einer weiteren Ursache und das sind Gerinnungsstörungen. Vielleicht habt ihr auch mal gehört, Frauen, die öfter Fehlgeburten haben, werden in eine Gerinnungsdiagnostik geschickt. Genau dasselbe Prinzip wie bei dem Antiphospholipid-Syndrom, ist es auch hier so, dass kleinste Gefäße thrombosieren können und dadurch natürlich eine Fehlgeburt verursachen. Protein-S oder Protein-C-Mangel, Faktor 5 leiden, eine Prothrombin-Mutation, all das sind ja Gerinnungsstörungen, die sowas verursachen können und vielleicht im Alltag auch noch nie weiter aufgefallen sind. Und auch hier richtet sich die Therapie natürlich danach, dass man das Blut eben vor der Thrombose schützt und mit Heparin oder auch ASS dünn hält, wenn man so möchte. Und dann kommen wir zum allerletzten Punkt, der vielleicht auch mit einer der wichtigsten ist, weil es vielen auf unter den Nägeln brennt. Was ist denn mit den Umwelteinflüssen oder auch mit meinem Lifestyle? Mit Stress, Nikotin, Alkohol, Adipositas. Besprechen wir jetzt, wie da die Studienlage ist. Bei Stress zum Beispiel ist die Studienlage ziemlich mau und dünn. Hier scheint es überhaupt keinen Zusammenhang zu geben mit habituellen Aborten. Klar ist Stress nicht gut für das zyklische Geschehen. Da gibt es ganz oft Zyklusstörungen. Habe ich hier auch schon auf dem Kanal drüber gesprochen. Aber es macht jetzt nichts an dem Fehlgeburtenrisiko. Das Alter, das hat sich sicherlich rumgesprochen, ist ein Faktor für Abortrisiken. Je älter Frau und auch Mann ist, desto höher ist dieses Risiko. Auch der BMI spielt eine Rolle bei dem Abortrisiko. Gerade Adipositas trägt dazu bei, dass das Risiko für Aborte sich erhöhen kann. Alkohol und Nikotin brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, ganz klare Zellgifte und deswegen natürlich auch nicht gerade förderlich. Was die Fehlgeburten angeht, hier ist auch von den Leitlinien empfohlen, einfach abstinent zu sein, sowohl den Nikotinkonsum als auch den Alkoholkonsum komplett zu unterbinden, wenn man in der Kinderwunschphase steckt. Und ja, während der Schwangerschaft, das erübrigt sich ja sowieso. So, und so sehen auch die Schritte aus. Wenn jemand also in meinem Fall zwei oder eben nach offizieller WHO-Empfehlung drei Fehlgeburten hinter sich hat, dann wird zunächst einmal in eine humangenetische Sprechstunde geschickt, plus auch in eine Blutanalyse. Und das sind meistens auch die Gerinnungszentren, wo eben auch die Blutgerinnung gleich mitgeschaut wird. Und hier werden eben auch diese Autoimmun-Antikörper meistens auch schon mit abgedeckt, ob es von Lupus ist oder das Antiphospholipid-Syndrom. Um hier auch zu gucken, gibt es hier eine Auffälligkeit? Klar, beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin läuft ja im Vorfeld auch schon Diagnostik im Sinne von Ultraschall, dass hier geschaut wird, gibt es hier Auffälligkeiten, Anomalien, vielleicht sogar auch schon eine operative Intervention mit der Gebärmutterspiegelung, sodass man peu a peu diese chronologische Liste, die wir gerade besprochen haben, abdeckt, um zu schauen, woran könnte es liegen. Ich wünsche euch trotz ernstem Thema einen schönen Tag und wir sehen uns und hören uns im nächsten Video. Tschüss! Wir zien uns im nächsten Jahr. Vielen Dank.